Also. Geht doch. Vielleicht nur noch 8 Schuss mit der Waffe. Na gut, 20 Schuss. Ähm, wo? Da, okay. Ja, durch Schlüpfung zu schießen ist schlau. Ich weiß. Na gut, man kann die Dinger ja auch wegschießen. Und dann hat man ein freies Schussfeld. Oh, hallo. Moin. Wie geht das denn? Das nicht. So, mit dem Vater und die Munition. Hör auf mit dem. So, dann jetzt hier rein. Und hier ist. Was? Wo? Ja, ich bin so toll mit meinen Reflex-Einsetzungen. Ich weiß. Oh, hier waren die. Ah, okay. Hier waren die nicht drüber. Von wo? Hallo? Wo seid ihr? Ach, f***t euch. Wollen wir mal die Funzel an? Jetzt wissen die sowieso, dass ich hier bin. Und, yay. Sehr schön. Und wieder an der Kippe gezogen. Sorry, ab und zu muss das sein. So, und nachladen. Schauen wir nochmal, was es hier gibt. Geht doch. Och, ernsthaft. Also. Gut. Gut. Alles absuchen. Oh, hier war das. Dann warten wir mal hier rein. Dann gehen wir hier auch wieder lang. Sicher, dass wir hier waren? Ah, hier waren die. Ah, hier haben die geschossen. Deswegen habe ich da auch nicht geachtet. Was ist das für eine Waffe? ASP-Gewehr. Ah, sowas. Was macht... Hat mehr Monition. Also 45 insgesamt. Und 90. Okay, dann nehmen wir lieber die. Ich dachte gerade, der lebt noch. Oh, hier waren noch Feinde. Wollen wir hier irgendwie durch? Nein. Och. Das ist wahrscheinlich einen weiten Weg dahin laufen. Hallo? Also, ich spring da jetzt nicht drüber. Oh, wie gerade bei solchen Spielen. Da brauche ich Kippen, um mich zu beruhigen. Ähm, ja. Hallo? Lasst mich rein! Och, Mann. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Muss ich jetzt wirklich da runter springen, oder was? Wollt mich doch jetzt wohl ernsthaft verarschen. Oh. Anders von hier? Achso, wahrscheinlich schon hier unten und so. Aber, ja, wir müssen da runter helfen. Dann speichern wir aber vorher nochmal. Denn sicher ist sicher ist sicher ist sicher. Der Pfefferall. Ja, wo seid ihr? Guck, guck. Da. Sehr schön. Munition. Oh, erst mal das hier. Das ist nichts. Was sind das für Granaten? Keine Ahnung. Hm. Taschenlampe. Ach, Taschenlampe. Ich bin doch irgendwie hier runtergekommen. Ich sehe euch. Hihihi. Wer ist der Nächste? So, weiter. Ich sehe euch nicht. Jetzt sehe ich dich. Nieser Kämpfer da. Lässt einfach seine Kameraden sterben. Ja, ich habe... Boah, das ist das reinste Labyrinth. Ah, sehr schön. Reflexe und das und das und ZF. Wunderbar. Ist hier sonst noch was drin? Nein. Ach nee, komm, wir hüpfen hier nicht drunter. Wir gehen hier den langen Weg. Ist, glaube ich, doch besser. So, gut. Was haben wir hier? Hier war das und hier sind wir gekommen. Okay, dann müssen wir jetzt hier langen. Hm. Ja, hier war der eine und jetzt müssen wir hier rein. Okay, speichern wir nochmal. Weil wir jetzt ja Reflexe besser haben und so weiter und so fort. Feinde, 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 Feinde. Was ist hier? Hier ist nix. Okay. Ähm. Da... Fuck. Hat sich nicht gut angehört. Woa, was bist du denn? Stirb doch einfach. Stirb. 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 Man, nix so. Das ist misch. Stirb. Dann haben wir ihn. Sieht so aus. Nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir ihn. Alter. Scheiß Mistkerl. Da hat einer drin gesteckt. Oh, hier haben wir keine Schuss mehr. Oh, einmal einen. Wo kam der von da oben? Toll. Das misch durch. So, hier ist nix. Okay. Aber jetzt, wo wir ihn erledigt haben, speichern wir nochmal ab. Weil nicht, dass wir den nochmal machen müssen und dann total versagen. Ja, und wir hatten jetzt sowieso ein Checkpoint gespeichert. Eieiei. Ui, Rüstung. Und Partikelwaffenmunition. So, machen wir hier mal ein wenig mit der Partikelwaffe. Weil, wenn man da trifft, sind sie sofort tot. Oh, wo ist der nächste? Ich will ständig mit Steuerung raus aus dem Zoom. Aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen müsste ich jetzt da rüber hüpfen. Ich glaube es fast schon, aber hm. Ah, Fuß ist eingeschlafen. Plopp. Das war ja leicht. So, was haben wir hier? ASP-Gewehr. Okay, Manusion für unsere Standardwaffe. Wo, wo, wie, was? Au, da oben. Ah. Wer fehlt? Getroffen. Ja, Scharfschütze passen. Geht jetzt alle die Waffe? Nochmal nachladen. Boah, und die rufen Scharfschütze, sind aber selber ein. Machen aber selber ein auf Scharfschütze. Arschkopfe. Boah, eigentlich bin ich schon halt mal Scharfschütze mit der Waffe. Das wäre die andere, die ich nicht mitgenommen habe. Ja, aber mit der hier ist man halt besser. So, den haben wir auch. Da ist einer, und da ist einer. Zeigt euch. Wo? Nee, einer weniger. Ach, da oben. Erwischt. Arschkopf. Und einer ist da noch. Erwischt. Und wieder nachgeladen. Ja, ich weiß, ich lade oft nach. Noch einer. Ja, das sieht aus, als ob wir ihn erwischt hätten. Nein, er lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Sehr schön. Ich wollte gerade Z machen. Ich wurde getötet. Ach, Spielladen. Fall gespeichert. Blatt. So ein Kack aber auch. Habe ich nicht auf mein Leben geachtet, habe sie spät darauf geachtet, wollte gerade mich heilen und dann... Äh. Ah, jetzt machen wir das doch. Warum rennen wir alle mit der Scheißwaffe rum? So, immer so hier rüber. Ja. Diese Manition aufgenommen. Hier alles aufgenommen. Da ist der zu Brutt gehauen. Den ausschalten. Hier auch das Dach ausschalten. Einwand verloren. Ja. Da ist der Zweite. Ich bleibe stehen. Erwischt. Hm. Dann laden wir ihn mal wieder nach. Oh, schön, dass sie ihm im Auge bleiben. Nächster. Zeig dich. Verfehlen, scheiße. So, Deckung gehen. Da oben ist einer. Sieh dich. Na, da habe ich noch einen gesehen. Oder auch nicht. Oh, hier ist ja noch mehr Munition. Ähm. Kanone. Oh. Munitionvergleich. Was? Lichtkontakt? Ähm. Da ist er. Schon erwischt? Ja, das hört sich so an. So, wieder nachgeladen. Und jetzt nochmal gespeichert zur Sicherheit. Ei, 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 ei. Und weiter geht es. Noch jemand? Nein. So, hier an der Wand bleiben. Nein. Hier ist niemand mehr. Dafür sind hier die Köpfe. Idioten. Alles Idioten. So, gut. Dann jetzt wieder speichern. Ja, ich weiß. Ich speichere jetzt oft. Aber wenn ich nun sterbe, dann bin ich immer extrem vorsichtig, was sowas angeht. So. Klar, er betritt dein Haus. Lass uns Gruselmusik einspielen. Ei, 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 ei. Oh, was haben wir hier? Partikelwaffen, Munition. Ah, hier waren die Typen, die wir abgeschossen haben vorhin. Ja, das erkenne ich. Körperpanzerung. Gut. Sehr schön. Jetzt wieder speichern nochmal, weil wir haben wieder viel Munition und Körperpanzerung, bevor das dann weg ist. Hm. Hm. So, weiter. Weiter, 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 weiter. Hihi. Stürb doch einfach. Geh doch. Nächster. Okay. Oh, da ist was. Hui. Ja, er hat den ganzen Trupp einredigt. Er ist gut, nämlich. So, sonst noch was hier drinnen? Nein. Nachladen. Durch die Fenster immer schön schauen. Nein, da ist... Was? Achso. Nein. Geh, putz, du Balken, der mir im Weg ist. Was ich mir auch hätte spankern. Oh. Sehr schön. Hab, was ich mir hätte spankern. Naja, macht nix. Noch jemand hier irgendwo, der spielen will? Nein, also muss ich da runter vorher. Speichere ich aber wieder. Yay. Ich speichere viel zu oft, ich weiß. Finder. Oh, hm, hm, hm. Look. Finder. So, was haben wir hier? Ah, nur Medipack. So. Sehr schön. Noch eins, weil wir haben wieder voll ausgerüstet. Medipack und so weiter. Na. So hat er eigentlich C und nicht Steuerung. Hm. Ich glaube, ich speichere lieber. Ja, ich weiß, ich habe vorhin schon gespeichert, bevor ich da runter bin. Aber bei solchen Situationen ist immer bei mir Speicher. Suchen Sie nach dem Rammelmeier Industriepark. Okay. Dann suchen wir mal nach dem Rammelmeier Industriepark. Gedöns. Da ist sie ja. Hi. Ist das die, die Sie suchen? Äh, lass sie in Ruhe. Sie riecht gut. Lass sie in Ruhe. Marschkopf. War wahrscheinlich wieder eine Vision oder so. Die stand da wahrscheinlich gar nicht. So, der will uns nur ärgern. Aber warum ist hier so viel Blut? Auf jeden Fall die Situation, wie ich nicht noch mal habe, dass ich das haben will, weil ich mich beim nächsten Mal garantiert erschrecken werde und so. Vorsichtig. Ähm. Ich kann keine Taschenlampe nutzen. Was soll der Scheiß? Ja. Komische Geräusche. Lichter. Okay. Angst. Definitiv. Ja, ich kann meine Taschenlampe wieder nutzen. Ich glaube, ich will nicht da rein. Ach komm, ich schaue da jetzt rein. Nix. Okay. Ich hasse solche Situationen. Ich grusle mich doch immer so ungern und kriege extrem schnell Panik und alles. Alter, what the fuck. Sie hat mir sehr viel erzählt. Ähm, ja, wo bist du? Oh. Ja, ich wusste, dass sie gar nicht hier war. Ja klar, jetzt noch Zwischemusik. Euer Ernst. Nicht hier rein. Nein. Muss ich wohl hier lang. Halb mal. Erstmal reflexmäßig draufgeschossen, Alter. Ich hasse sowas. Hallo, Mama, Alma, gedöhntes kleines Mädchen. Alter. Scheiße, was waren das für Viecher? Oh, Gänsehaut. Oh. Alter. Alter. Panik. Oh. Oh. Schön. Ich bin jetzt auf jeden Fall definitiv in Situationen, wo ich noch nicht im Spiel vorher war. Also soweit. Hier ist auch nichts. Jetzt muss ich wohl da runter hübschen, ha? Aber wisst ihr was? Das machen wir das nächste Mal. Das reicht jetzt doch wieder. Ich bin jetzt gerade eh schon nur. Hahaha. Also, man sieht sich beim nächsten Mal. Schaltet wieder rein. Horido. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.